Ich bin dumm. Das ist dem ein oder anderen schon aufgefallen und da meinten ganz viele, Moment mal, Palu, du bist dumm. Ja, bin ich. Und es ist manchmal nicht einfach für uns, Leute. Kurz zur Erklärung, wie so eine Autogrammstunde abläuft, zum Beispiel auf der Gamescom, die ja wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht nochmal stattfinden wird, weil eben aufgrund der ganzen Situation, die Leute kommen halt zu mir hin, stellen sich an, pipapo, kommen vorbei und dann frage ich, hey, möchtest du ein Autogramm? Weil manche wollen halt auch einfach nur ein Foto und dann sagen sie, ja, und dann unterschreibe ich halt vor den Augen die Autogrammkarte und dann gucken sie halt immer ganz gespannt da drauf und manchmal kommt dann halt, du bist dumm und entweder kommt, ich auch. Und auch irgendwelche Statistiken oder sowas, die zeigen, wie cool wir doch sein. Zum Beispiel, dass man kreativer sei, intelligenter sei und auch anders denke. Wahrscheinlich trifft das nicht auf alle zu. Ja, nee. Nee, nee, das mit dem Intelligenter. Ja, also, das wird, ähm, äh... Du Trappel. Ja, danke. Best Pops. Doch nicht das. Das ist Vogelschiss. Er ist genauso doof wie ich. F***. Gilt man nicht mit einem IQ von 42 dann schon als, als Behinderung? Ist es nicht so? Ich glaube, wenn der IQ niedriger ist als, boah, ich weiß es nicht, aber... Wie würde Paluten mit Glatze aussehen? Sag mal, was ist das denn? Jan hatte sich gewünscht, dass ich mal Paluten mit Glatze verpasse. Okay, Leute, ich kenne das Ergebnis und ich finde, er sieht voll aus wie ein Alien. Es hört sich völlig komisch an, aber naja, wie siehst du das? Kannst du mir übereinstimmen? Ja, aber so, Moment mal, Moment mal, Moment mal, so sehe ich nicht mit Glatze aus. Mein Kopf sieht, glaube ich, nicht so aus. Oh, Alter, das müsste richtig gut brennen. Ja, der hat auch so einen Teppich. Wartet kurz. Ich muss nur kurz ein bisschen was abfackeln. Oh, ja, das brennt richtig gut. Oh. So, ich gehe dann mal wieder. Tschüss. Und jetzt, go. Dein Name ist Nima und willkommen zu einem neuen Video. Die Hälfte, zu denen uns unser Gehirn zwingt. Ja. Was ist realer Irrsinn? Realer Irrsinn. Häuschen, supercoolen Lampen und selbst die Mülleimer strahlen vor Glanz. Ja, nee, das war... Okay, und jetzt weg, 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 weg. Es gibt gar keine Explosion. Oh Gott. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Es geht nicht mehr weiter. Nein. Ja, ich habe das Spiel zerstört. Sorry. Doch, warte, es geht noch weiter. Mein PC kommt darauf gerade nicht klar. Schmecker, Schmecker, Alter. Okay, das... Also, ich habe das Gefühl, mein Computer wird gleich wieder in die Knie gehen. Was glaubt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wird mein PC das schaffen? Ich sage, nein. Ah, ey, Mini-Paluten, guck mal. Papa hat wieder scheiße gebar. Ich glaube, jeder von euch kennt Paluten, aber wusstet ihr das ja keine... Wer, wer, wer Pal, Palotten? Das ist doch dieser, das ist doch dieser hässliche. Das ist doch ein Scherz. Das ist doch ein Scherz. Bis zum nächsten Mal.